Das Licht ist doof. Warum ist die kaputt? Gut, das ist auch schief. Sieht aus wie das Kissen. Ja! Woran das wohl liegt? Ja! Wenn der Filter das sagt, dann ist das die wahre Hand. Und nicht das die wahre Hand. Hey Leute! Herzlich willkommen auf dem Spiel mit mir Kanal. Was war das für ein himmlisches Intro? Ja, entschuldige. Können wir das nochmal abspielen? Ja, Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut und ihr seid gesund. Wir haben heute eine Challenge vor. Ich habe sowas schon mal mit Kathi gemacht. Das Video können wir euch auch gerne verlinken. Und zwar machen wir heute eine Foto-Challenge. Also wir können Instagram benutzen, wir können Snapchat benutzen, wir können TikTok benutzen, egal was wir möchten. Hier sind Begriffe drin. Wir ziehen? Wir ziehen jeweils einen Begriff und müssen dann innerhalb von Two Minutes ein cooles Foto machen. Ja, zudem prima. Genau. Jeder zieht aber jeweils vier Begriffe. Ich verfolge, also wenn du jetzt einen Begriff gezogen hast, verfolge ich dich. Bianca verfolgt mich. Bianca filmt mich. Ja. Oder umgedreht. Zwei Minuten, die Person achtet dann auch auf die Zeit. Und am Ende könnt ihr abstimmen, welche Fotos waren die coolsten. Oder auch nicht. Richtig. Äh, ich kann gerne beginnen. So. Okay. Ich habe DIY gezogen. Das heißt, ich muss irgendwie ein Foto machen mit DIY. Sollte ich sagen? Was mache ich denn? Ja, das weiß ich nicht. Aber die Zeit startet. Ab. Jetzt. Gut. Fun. Let's go. So. Dafür gehen wir natürlich ins DIY-Studio. Wow, deine Ahre fliegen. So, okay. DIY, DIY, DIY. Was haben wir hier DIY? Warum haben wir hier nix? Die Anker steht im DIY-Studio. DIY? Haben wir hier irgendwas? DIY? Warte, ich nehme eine Schere. Ich nehme das. Und das. Zwei Minuten, ey. Warum habe ich mir zwei Minuten ausgedacht? Die praktische Zeit läuft. So. Ich stelle das mal kurz hier ab. Mach den Timer an. Hintergrund ist natürlich das Schönste nicht. Sowieso. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Warte, ich habe noch eine bessere Idee. Ich habe noch Zeit, ne? Ich weiß nicht, wenn das Handy klingelt. Okay. Got it? Yes, I got it. Und ich bin in wie vielen Sekunden? Oh, 31 Sekunden. 31 Sekunden. Wenn das immer so schnell gehen würde mit den Salavise. Ja, das Foto seht ihr jetzt übrigens eingeblendet. Und dann gehen wir mal wieder zurück ins Studio. Yes. So, jetzt bist du am Start. Am Start. Daniel ist am Start. Genau, ich nehme mir mal schon die Kamera. Peinlicher Filter. Oh. Peinlicher Filter. Willst du das direkt mal eben auf die Couch? Ich tue mal die Zeit. Ich bin nie ready. Aber let's go. Ich mache jetzt so einen Animal Filter. Hey, jetzt erkennt doch mal mein Gesicht. Warum erkennt das nicht mein Gesicht? I don't know. Ich will mein Gesicht nicht erkennen. Hier ist nicht besser. Brauchst du Licht? Hallo. Brauchst du Licht? Ich mache, gebe dir Licht. Pass auf. Eigentlich habe ich Licht. Ich habe Licht. Ich habe Licht für dich. Jetzt warte ich besser für ein Tier raus. Oh, das ist ein schönes Bild. Das wird schön. Du bist du das? Ja. Bin ich. Das sieht man doch, oder? Ist man das nicht? Nicht? Nee. Ach, die war kaum. Ja, aber du, das war ein peinlicher Filter. Perfekt. Und ihr seht das jetzt auch wieder. Ja, das ist ganz witzig. Aber man hat eigentlich nur den Mund gesehen, oder? Ja, mein Mund und die Augen sieht man dann. Das ist ganz witzig. Okay. Die Türfilter sind ganz lustig. Okay. Wir in 102 Minuten, Mann. Puh. Ja, ich muss sagen, wir sind ja voll im Flow, ey. Ja, nächste Runde, oder? Ja, nächste Runde. Are you ready to rumble? Okay. Ich habe gestern schon gelesen, trotz des Kahn nicht da ist, es ist trotzdem sehr laut bei uns. Entschuldigung. Woran das wohl liegt? Oder? 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 Okay. Ich habe Fischen. Fischen. Man, oh, man, oh, man. Ich würde sagen, drei, zwei, eins, go. Die Zeit läuft. Je. Ich hätte mir auch den Piggy-Umhang nehmen können. Ich weiß auch nicht, was der ist. Äh, der liegt, glaube ich, drüben. Also das da. Dann nehmen wir den. Weiße Box. Hast du einen Moment? Warte. Den Stress. Du hast ja immer noch eine Minute 40. Ja, aber ich muss das Handy positionieren. Ich muss den Timer anmachen. Schlau wie Schlumpf. Get dressed. So. Könnte auch ein Vampir sein. Fashion. Ja. Fashion. Fashion liegt im Auge des Betrachters. Richtig. Herbst-Trend 2020. Ist aber schön. Steht dir gut. Du solltest öfter Gute tragen. Hä? Sieht gut aus. Also, die Kapuze. Ist gar nicht so einfach mit dem Timer. Das Licht ist doof. Warum ist die Kapuze auch schief? Ach so, warum muss die? Entschuldigung. Stehst da ideal ausgeleuchtet und sagst, das Licht ist doof. Ich mache jetzt einfach mal mehrere. Mhm. Ich muss mal zehn Sekunden machen. Wie viele habe ich noch? 20 Sekunden. Oh, das wird eng. Das letzte Foto muss werden. Bam! Fertig! Ich glaube, das ist was geworden. Ja? Ja. Naja. Fashion hin oder her, ne? Wie gesagt, Fashion liegt im Auge des Betrachters und ich würde sagen, Next one! Shake it! Shake it! Are you ready? Ja. So, jetzt bin ich gespannt, was du ziehst. Ich auch. Was? Sport! Wieso? Ist das doof? Du hast doch schon mal so eine coole Yoga-Challenge gemacht. Ja, das stimmt. Ja, ich mache auch gerne Yoga, aber mach jetzt nicht in der Klamotte. Ähm, mach auf! Wo ist denn der Ball? Weißt du das zufällig? Der wagt doch doch doch! Der ist bei dir! Warte, ich muss die Zeit... Warte, warte! Auf die Plätze! Fertig! Let's go! Uh! Uh! Okay. Ich kann doch gar nicht mit... Irgendwas... So... Uh! Huch! Huch! Pfeihatten! Ist übrigens auch lustig, wenn du das hier anhängst. Hab ich auch gemacht. Das wird gut. Ja, hilft das? Ja, das mache ich auch. Mal hier draufhängen. Ja? Ja, ich glaube 10 Sekunden nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Ja. So! Oh mein Gott! Und? Das war einfach voll nix. Also machen wir das nochmal. Voll nix! Das ist noch eine Minute. Ich glaube, das wird cool. Ich glaube, das war's. Ja? Ja. Ich glaube, das wird cool. Ja, doch, klar, daneben war perfekt. Ja? Ja, tatsächlich. Zeug mal! Das haben wir. Ja, sehr cool. Ist jetzt auch nochmal eingeblendet. Finde ich cool. Nice. Also ich glaube, die Challenge machen wir, glaube ich, gar nicht so blöd. Ich finde auch, dass wir irgendwie das total gut machen. Hau raus! Ich bin gespannt. Gaming. Ja, Gaming, da kann ich mir eigentlich... Abholen. Stellst du den Wecker? Ja. Was mache ich? Was mache ich? Oh Gott! Ich glaube, wenn ich Gaming, dann gehe ich in dein Studio. Kannst seins. Ist soweit weg. Liegt langsam. Ich nehme hier das. Ja. Schau. Ach, das Kissen, ja. Gute Idee. Und? Was ist drauf auf dem Kissen? Ein Gameboy! Yes! Brauchst du dein Handy eigentlich? Hab ich in der Hosentasche. So. Ging das nicht so? Meintest du gerade den Mario Jingle? Den Super Mario Jingle? Ja. Du musst das hier hinstellen, weil... Da 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 da... Ach so sieht man da meine Hosen? Sieht man mich ja sogar. Okay. Ja, ich glaube du musst dich so hinstellen. oder ich guck so wie das ding hier ja ja gut ready ich finde die cool ist jetzt eingeblendet und ihr zeige es ja ich sehe aus wie das kissen ja das kann ich aber gut für die leute die es jetzt nicht ganz nicht wissen was wir meinen das ist ein hässliches gesicht das kann ich auch gut ach so warte ich muss keine einstellen mit doppelt gehen ich glaube da war sogar schon was dabei dabei oh ja das ist ein traum das bild es war haftet ja sehr cool ihr seht eingeblendet und ja also es ist sogar du hast es bestanden ich muss auch sagen ich finde die fotos die du gemacht hast du selbst richtig cool ist auch das tier was auch immer das darstellen sollte also es war auch cool aber es konnte ich nicht so ganz identifizieren war das rettchen frettchen ja da hat der filter festgelegt dass ich ein frettchen ja so läuft bei uns ich habe nur noch ein foto was ich machen muss und dann du noch ein und dann das heißt ich entscheide jetzt was ich hoffe nichts blödes gut ja voll gut wie soll ich das schaffen in die küche zu gehen ok zwei minuten ja ich muss in die küche so ein foto mit food und dann was hast du denn hier schönes gemacht ich nehme das nehmt ihr das ist das wenn damit ich muss mal rein beißen tut mir leid aber für meine challenge so voller einsatz gold wird das youtube qualitäts content okay ich habe es geschafft ich habe es geschafft von oben bis in die küche zu rennen in zwei minuten okay ich habe das den letzten zettel gezogen sehr viel in der natur sind wir hochgerannt ja aber du hast auch hier nach vorne wenn du schlau bist das ist ja alles nicht so richtig natur draußen ist auch nicht wirklich natur draußen ist keine natur nein aber ich wusste auch nie wo die natur ist ich dachte die natur ist immer auf dem klo ja komm ich nehmt jetzt mal das gras okay warte 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 ich muss den timer anstellen let's go weißt du wo du überhaupt hin musst total ich bin ich bin total total einmal gerade sonst machst du auch auf dem stuhl hast du tageslicht ich meine eigentlich da auf dem stuhl hier geht es auch ganz gut hast du noch eine menode alles gut schauen wir mal da vlogg ich ach was für eine natur ey wahnsinn oder hier ist die natur das ist die natur ja natur schön das stimmt da liebe ich dir sogar nicht okay da war was dabei da war was dabei ja zeig mal ihr seht es wieder eingeblendet ich glaube ich nehme tatsächlich einfach das hier und mache die dinger grün ja cool ihr seht es jetzt eingeblendet wie dann ja jetzt das foto gemacht hat so mir hat es echt spaß gemacht ja es war echt richtig richtig witzig und ich muss sagen wenn man nur zwei minuten zeit hat ne also wir kennen es ja alle wenn wir ein selfie machen lassen wir uns ja gerne mal Zeit oder machen ein paar mehr genau oder mal da von den 30 Cent die man gemacht hat postet man dann ein halbes oder auch gar keins also ich habe 10.000 fotos immer mehr nie und davon poste ich meistens nie eins aber jetzt sieht man mal eigentlich wenn man ich finde immer so die schönsten fotos sind eigentlich auch die moment fotos oder die halt spontan und schnell ja stimmt auch wenn du es nicht mitbekommst das sind auch sehr schön ja ihr seht jetzt noch mal alle fotos hier eingeblendet und ihr könnt gerne mal in die kommentare schreiben wie ihr unsere fotos fandet und welches foto euch vielleicht besonders gut gefallen hat ja können die natürlich auch machen aber habt erbarmen mit uns ja wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen Daumen nach oben da Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren und dann verpasst ihr nämlich auch kein weiteres Video mehr genau genau und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal tschüss tschüss